Ja, und wir sind wieder bei Tales of Graces 11. Beim letzten Mal haben wir Emerod fertig gemacht. Ja, Richard ist mit Lambda geflohen und wir wollen uns jetzt auf dem Richtung, ja, dem Landhügel machen. Und hier war noch eine kleine Plauderei, die ich noch zeigen wollte. Ist es etwas Besonderes über die Meadow? Alle drei Typen von Elis sammeln da. Sind es wirklich Plätze wie das? Warte, ist es etwas wie das ungewöhnlich? Weil von den Valkonisten, einige Bereiche tende zu überfluchen mit Elis und Sachen. Huh, es alles macht Sinn jetzt. Ich glaube, das ist warum die Fläume blühen dort im Jahr lang. Ja, genau. Als ich die Lambda erst vor kurzem war, habe ich entschieden, um dort zu schlafen, um die Elis zu regenerieren, die ich in der Krieg. Und dann, Asbel und ich kam und dich vor 7 Jahren vor kurzem, richtig? Nein, ich habe geworfen, weil Lambda wieder aktiv geworden ist. Huh, ein tolles Versuch, Hubert. Ich glaube, wir müssen ein bisschen mehr auf unserer Teamarbeit fokussieren. Teamarbeit? Ich glaube, wir müssen ein bisschen mehr auf der Reihe beizutragen. Ich glaube, wir müssen die Teamarbeit-Schein-Trainingsschedule für alle. Wow, wie regimentiert. Ich werde die Elis hier absorbieren. Und dann werde ich es mit dir shareieren. Das wird uns ermöglichen die Effekte von LAMBDA-MIND. Wir beginnen. Es ist wirklich warm. Es ist wie stehen in der Sonne. Ja. Sophie. Okay, wir sollten uns jetzt bereit sein. Sophie hat uns das Kraft, das wir brauchen, um zu treffen zu LAMBDA in unserer letzten Showdown. Wenn wir es gut zu benutzen, wird es keine Chance für Sophie zu verabschieden. Ja, ich werde es wie, BOW! Und dann LAMBDA wird es wie, NOOOOO! Wir sind alle zusammen, Sophie. Also sprichst du, dass du nichts falsch machst. Okay. Wir machen es. Ja. Gut. Dann wollen wir mal weg mit R3. Wo wir normalerweise... Okay. Können wir doch nicht den Shuttle-Modus. Dann müssen wir wohl erstmal hier raus aus den Hallandhügel. Wir können nämlich, wenn wir mit R3 auf die Karte gehen, quasi dann direkt in das Shuttle einsteigen. Und ja, losfliegen. Aber da landen wir anscheinend quasi wie so eine Art Dungeon zählt. Oder... Ja, wobei bei Städten draufs kann man das bei nicht machen. Jetzt? Oder nicht? Okay, wir sollen uns erstmal auf die Schlacht vorbereiten. Stimmt, ja. Erstmal eine Runde schlafen. Und dann kloppen wir. Äh... Dinge ins Gesicht. Lambda. Mit dem Shuttle können wir uns natürlich jetzt auch überall hinreisen. Wir haben heute viel überrascht. Lassen wir uns und uns in der Städte morgen Morgen treffen. Schlafen, wenn du es kannst. Und machen, welche Präparationen du brauchst. Entstanden? Ja, du hast es entstanden. Ja, jetzt können wir uns entweder schlafen legen. Ja. Oder wahrscheinlich nochmal mit jedem reden. Und das werden wir natürlich auch machen. Also mit dem Shuttle können wir jetzt natürlich eine Unmengen an Zeitquests machen. Von oben aus ist es gelb. Von unten aus ist es blau. Tch. Aber die werden wir erst alle machen, wenn wir kurz vor Lambda sind. Dann werde ich erst damit anfangen. Hier ist nichts. Ist irgendwas für mich? Nö. Moment. Kann ich da nicht? Ah ne. Sprechen. Ich habe das Gefühl, ich habe hier irgendwas vergessen irgendwo. Egal. Sprechen wir erstmal. Ich habe das Gefühl, Hubert. Ich habe das Gefühl, Hubert. Ich könnte das auch von dir fragen. Aber als du hier bist, gibt es etwas, was wir sprechen müssen. Ich habe das Gefühl, dass du mit Lante gewinnen und Lante gewinnen und Lante gewinnen und Lante gewinnen und erinnern kannst. However, at the moment, this idea ends with me. I do not know how the President will react. I understand, but I'm still grateful. Thank you. The next time I visit Lant, I'll come as family. After all, people will rest easier if someone is looking over your shoulder. You have no idea how much trouble it is having you as an older brother. Heh. I can only guess. Enough. I should rest. Sleep well, Hubert. I wonder if everyone else is asleep. Hubert? What are you doing here? Is it wrong for a son to visit his mother? No, not at all. I'm very pleased to see you. Would you like some tea? Frederick has just brought back the most wonderful blend. Tea would be wonderful. Good. I'll go prepare some right away. Thank you, Mother. I'll go to the bed to sleep. In their bed could be one, though. I have no idea. Sophie, for example. What's next? I have to listen to her? It's been a bit. It's been a long napkin. gut dann hatten wir hier und espel auf der linken seite hier sophie mit carrie wir haben hier noch ein bett wir hatten wir noch mal zwei betten für pascal und malik und schliff in ihrem eigenen haus malik zu carrie und pascal und sophie zusammen sie sagt dass noch ein wettbewerb sie 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 Ich kann mich nicht sagen, dass dein Vater stirbt. Es ist ... kompliziert. Ich habe mich nicht zu denken. Sein Geist bedeutet, dass wir nicht die Chance haben, um uns zu verstehen. Ich bin sicher, dass wir es können, wenn er noch mit ihm ist. Also ... ja ... Du kannst sagen, dass ich so schuld bin. Ich denke, dass ich besser bei anderen Problemen zu lösen, als mit meinem eigenen. Insofern, wenn alles vorbei ist, wir zurückkommen. Vielleicht dann können wir die Blossom Gale sehen. Wenn wir zurückkommen ... Ja ... Also müssen wir sicher, dass wir überleben, richtig? Ich will sehen die Blossom Gale mit dir. Ich meine es. Ich weiß. Ich würde das auch gerne. Ich weiß. Es ist sehr früh. Du solltest ein bisschen schlafen. Was für dich? Ich schlafe bald. Ich versuche. Gute Nacht, Sophie. Okay. Gute Nacht. Wir sind alle zurück. All of us, including Sophie and Richard, is it really so crazy to hope? Und das Einzelzimmer halt bei Cheria zuhause. Ihr dürft mir mal vorschlagen, wer denn mit wem in einem Zimmer soll. Oder alleine schlafen muss. Ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt. Ja. Captain Malick, ich will nicht Sophie oder Richard sterben. Ich will sie beide zu retten. Ist das zu viel? Es ist wichtig, dass du die Kompassion für andere fühlst, wenn du sie zu retten möchtest. Das ist eine Lehre, die ich zu früh gelernt habe. Das ist warum ich nicht zu retten Kurt. Ich will nicht, dass du das gleiche Regret hast. Captain. Keine Hoffnung, Asbel. Wir können das tun. Wir werden das tun. Wir werden das tun. Wir werden sicher, dass alle wieder zurückkehren. Alle kommen zurück. Ah, wo ist die denn hier? Was machst du, Pascal? Juste schlafen mit einer Idee. Ich dachte, es könnte sein, dass es in Hande kommt morgen Morgen. Kannst du den screwdriver für mich, Poisson? Du musst dich kämpfen morgen Morgen, Pascal. Du solltest ein bisschen resten. Ja, wahrscheinlich. Aber es ist wichtiger, dass ich in die Krieg ohne irgendwelche Regretungen bin. Also, wenn ich mich immer wieder zurückkehren muss, dann werde ich einfach... Oh, blöd. Jetzt brauche ich eine Wälde. Ich kann das für dich fertig. Foyer? Foyer! Oh, mein Gott. Oh mein Gott, ich bin so sehr Angst über dich. Oh, ich dachte, dass du mich vergessen hast. Oh, mein Gott, ich bin so Angst, dass du mich verletzt hast, wenn wir in der Schutte sind. Und du sahst so cool, auch. Du bist so wie... Schuch, schuch! Natürlich. Wer mich für mich? Ganz, ganz, ganz. Du bist meine große Freundin. Wenn etwas zu dir passiert, ich... Ich weiß, was ich mache. Pascal. Well, ich denke, dass jemand einen Augenblick auf dich hat. Und sicher, dass du mitzunehmen und das sohn. Hey, ich nehme zwei mitzunehmen, ob ich sie brauchen oder nicht. Zwei mitzunehmen? Wie kann jemand so brillant in der Labe und so kluglosz in jedem anderen? Poisson und ich werden hier endetieren. Du gehst ein bisschen schlafen. Und ein mitzunehmen. Aber... Nein, aber... Du weißt, wie late es ist? Geh! Geh ein Wasser und schlafen ein bisschen schlafen, oder ich schlafen ein bisschen Wasser auf deine Hände und schlafen dich auf dem Bett! Du bist okay, schlafen! Schlafen gut, Pascal. All right, dann. Wir gehen nach Arbeit. Wir zeigen uns den Welt, was die Marcien sind. Ja, Frau. Schlafen. Wir werden alles schlafen. Du zwei, nur über die Zeit aufgewachsen. Oh, danke, Leute. Ich hätte besser ins Bett gehen können. Nicht zu früh, Asbel. Ich werde nicht. Scheria? Bailey? Was machst du hier? Schlafen Sie morgen? Ja. Und ich versuche mich nicht zu stoppen. Es wird nicht funktionieren. Ja. Ja. Ich dachte... Wenn das alles vorbei ist, habe ich mich gefragt, ob... Ja? Was ist das? Um... Um... Well, es ist... ... ... ... ... Ich versuche dich, wenn das Ende ist, zurück in Strada mit mir! Ich werde dir ein Haus für eine Prinzessin bauen, und wir leben in Freude für den Rest unserer Tage. Du wirst du ein Präziner nicht mehr, mein Lieber. Insofern werde ich dich entschlägt! Oh mein Gott. Komm, Bailey, schauen wir, ob deine Worte so sehr süß. Was? Jetzt, warte, einfach... Scheria, ich habe mich gefragt, ob du der Liederin unserer Organisation von Relief. Natürlich, ich würde versuchen, zu helfen, wie ich es möglich hätte. Also, wirst du es? Entschuldigung. Aber ich habe viel Zeit zu denken, und ich habe gelernt, was ich wirklich will von meiner Leben. Und, unfortunately, das bedeutet, dass ich dich beide aufbauen muss. Entschuldigung. Ich denke, es wäre verrückt, zu fragen, was es, was du wirklich willst. Entschuldigung. Ich denke, Raymond, wir gehen. Wir gehen. Du bist auf eine große Herausforderung, Scheria. Du musst ein bisschen resten. Danke, Bailey. Das Problem. Entschuldigung, Asbel. Hey! Wie lange hast du da stehen? Du schaffst den pooren Raymond jetzt. Hey, stop that! Heh, sorry. So, hey, mind if I ask what you truly want? Whatever it is, I'd like to help. Aspel. What about you? What are you going to do when this is over? I want to help Launt get back to normal. And I suppose I'll need to help Sophie. She's had nothing but painful memories her whole life. And now her home is gone on top of it. So I was thinking maybe she could just live here in Launt. Then maybe I could, I don't know, give her some happy memories? You said something like that before, right? About how you'd either help her get home or be with her for the rest of your life. Huh? Uh, yeah. I guess I did say that. But that was a long time ago. And I've learned it's not something I can do on my own. That's why. Look, I... I was thinking about continuing the relief work I was doing before. I want to travel the world and help those less fortunate than I. I see. You really are an angel, Sharia. Stop it. All these selfless acts are gonna make me look bad. You know that, right? Just take care of Sophie. Otherwise, I can't be held responsible for what happens. I will. I promise. So, I need to get some sleep. See you tomorrow. Raymond möchte versklavt werden von Sharia. Ja. Wieso auch nicht? Ich lasse ihm mal die Freude. Und geh währenddessen noch mal schlafen. Bis morgen ausruhen. Bis morgen ausruhen. Someone's late? Sorry. I didn't realize everyone else was here. You slept okay? We should get going. Look. They've come to see us off. Please be careful. All of you. And don't worry about us. We'll be fine. We shall humbly wait your return. Good luck, everyone. We'll be praying for your safety. Do what you must and then get back here. And don't you dare die on me. Travel well, young masters. Thanks, everyone. All right. We're off to the Lost Talia. Klingt nach einem Plan. Weee. Menge Titel. Ich möchte jetzt kurz mal reinschauen. Okay. Aha. Aha. Mhm. 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 Okay. Und dann? Jetzt kann ich's mal zeigen. Jetzt können wir hier so einfach mal herumfliegen. Und... Wir können in das Innere des Rock'n'Gongs fliegen. Ja. Das klingt ja sehr interessant. So, beim nächsten Mal werden wir aber hier in den Guardia-Schacht gehen. Aber das war's mal wieder von Tales of Grace F. Bis zum nächsten Mal. Ciao.